Liebe Österreicher und liebe Österreicherinnen, ich bin gegen ein allgemeines, also gegen die allgemeine Mittelschule, da ich denke, dass den Schülern, die was das Gymnasium besuchen oder noch besuchen werden, Wissensdurst und, wie soll ich sagen, einfach der Wissenshunger gestohlen wird. Dadurch zum Beispiel, es gibt mehrere Diskriminierungen wie jetzt in der Schule, als Streber oder als Nichtstreber. Und so bilden sich mehrere Gruppen. Das bedeutet, sagen wir, es gibt in der Mittelschule dann mehrere Leute, die wirklich studieren wollen, die wirklich eine Matura haben wollen. Und in der gleichen Schule sind dann auch diese Leute, die einfach nichts mit der Schule mehr zu tun haben wollen, arbeiten gehen wollen. Und ich denke mir, außerdem ist es auch in dieser Art, wenn ich sage, ich bin zwar ein Ausländer, aber es werden viel zu viele Ausländer auf eine Mittelschule gehen, da jetzt auch die Grenzen geöffnet wurden, bis aufs Weiteres, ist auch ein viel höherer Strom, also Ausländerzugangsstrom, nach Österreich gekommen. Und deshalb, und wenn ich so sagen würde, also, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Es ist einfach scheiße, um das so auszudrücken. Weil, wenn die Leute, alle, wirklich alle, jeder Schüler auf eine Mittelschule geht, und dann wird es auch so weit kommen, dass die meisten nicht arbeiten gehen wollen, weil sie zu faul sind, aber sie haben das gar nicht das Potenzial dazu, eine höhere Schule zu besuchen, dann wird jeder es versuchen, bis zur Matura zu kommen. So werden die Schulen überfüllt sein, und es würde auch keinen Platz mehr bei den Studien geben, weil sich die Leute denken, jetzt habe ich die Matura, oder ich habe es halt so weit geschafft, auch weil mein Erzeugnis nicht das Beste ist, aber ich werde mich anmelden. Und ich finde, das ist einfach keine gute Idee, eine Mittelschule. Danke.